Freitag, 27. Mai. Die erste Mannschaft war zu Gast beim Horn-Ausser-Club Bern-Bühnefeld. Und Rolf, wie war es? Ja natürlich, das absolut top Wetter. Heute ist ja alles Horn-Ausser-Wetter. Und wichtig war auch mal eine andere Sportart. Und ich hoffe, dass ich Spass hatte. Und mit dem Interesse her hat mich das sehr gedacht, dass es da war. Um mal zu sehen, wie es eben geht. Die Tradition Sport-Tourne aussen. Und ja, das war eine coole Sache heute. Anstatt den Hockeischläger mit einem Stecken und an der Stelle vom Böck auf die sogenannte Nose schlagen. Die einen sind sofort drin. Andere wiederum hatten noch Startschwierigkeiten. Fragen wir noch unseren goalie-coach, Jeff Hill. Wie ging es? Ja, es ist extrem schwierig. Ich dachte, ich wäre okay, weil ich ein Golfball kann. Es ist komplett anders. Und ich bin sehr begeistert, dass ich Teil der Schwester Tradition bin. Und ich versuche es. Ich gehe von diesem Ort und gehe von diesem Ort. Und es war ziemlich cool. Was ist das? Die Nose. Die Nose. Die beste Sache war, dass Mosey die Nose schlägt. Rausen gestochen ist ganz klar unser Kapitän, Simu Moser. Niemand hat eleganter geschlagen und weiter können als er. Aber wieso eigentlich sein? Ja, bei uns in der Familie ist eine grosse Tradition. Von den Grossvettern, über die Väter, bis jetzt zu uns, Söhnen. Wir haben eigentlich auch in Schlosswil Kornhausset. Und von klein auf. Aber ja, natürlich mit dem Hockey zusammen ist es ein bisschen aus den Augen gegangen. Ich habe nicht mehr so viel getan. Aber jetzt geht man die einfach ein bisschen abschlafen, so wie heute. Und das macht extrem viel Spass. Ich habe es sehr interessant gefunden. Ich habe es cool gefunden, dass wir die Gelegenheit bekommen, um so etwas auszuprobieren. Sehr einfach aussehen, was die Profis haben gemacht. Aber selber machen war es sehr schwierig. Auch einer von unseren Assistenztrainern, Michael Hakanson, hat eine gute Figur gemacht beim Hornhausset. In diesem Fall war es trotzdem nicht so schwer wie alle sagen, oder? Ich war extrem talent. Nein. Ich spielte ein paar Golf, aber das war so unterschiedlich. Aber es war Spaß. Aber man musste wirklich fokussieren, um das Nuss zu fangen. Ich glaube, es war sehr gut für alle Spieler. Es war sehr gut für alle Spieler, um ein bisschen zusammenzukommen, wie ein Team-Spirit. Es war viel schwieriger und schwerer als ich dachte. Aber einige Spieler haben das Biscuit, ich weiß nicht, was er name ist, Nuss, sehr weit. Es ist besonders Mousi. Man sieht, dass er schon 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 spielte. Aber Deller und andere Spieler haben es ziemlich weit entfernt. Es war sehr schön. Das war die erste Mal für mich, dass ich Hornhauss gemacht habe. Ich habe schon gehört, aber es war sehr cool. Es war sehr gut für eine erste Mal für mich. Und es war sehr cool für mich. 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 Und am Schluss, alle zusammen gleich nach Hause einsammeln. Danke vielmals am Hornhausser Club Bern-Bönenfeld.